Herzlich Willkommen, mein Name ist Gülen Dirnaß, ich bin Leiter der Blechtechnik. Hier sind 12 Fachkräfte beschäftigt und ich darf Ihnen heute unsere Werkstatt zeigen. Zu meiner Linken die Schweißtechnik, wo es uns möglich ist, mit unseren TÜV geprüften Schweißern jegliches Material, was wir hier verarbeiten, fachgerecht zu schweißen. Weiter geht's hier an zwei, drei Beispiele, die hier aus der Reihe entstanden sind. Mit unter anderem fertigen wir auch Kleinstteile, wie einfache Zuschnitte und U-Profile, wie man hier in den Kleinteilen Regale sehen kann. Natürlich sind auch kompliziertere Bauteile möglich, wie man hier zu meiner Rechten sehen kann. Hier rechts sieht man noch das eine oder andere Beispiel, was hier entstanden ist. Auf der linken Seite haben wir eine Stanznippelmaschine, mit der es möglich ist, Lochbilder, Lochmuster in jeglicher Art und Weise aufs Blech zu prägen und zu stanzen. Weiter geht's ins Schneidzentrum. Hier haben wir einmal die Wasserstrahlanlage und einmal eine Laserschneidanlage, mit der es möglich ist, verschiedene Bauteile, verschiedene Materialien zu schneiden. Die Wasserstrahlanlage hat eine Arbeitsfläche von 4 auf 2 Meter und kann Materialien bis zu 20 Zentimeter Stärke schneiden. Mit der Leseranlage ist es uns möglich, filigrane Bauteile in kürzester Zeit zu produzieren. Weiter geht's in die nächste Halle, die von uns die 6 Meter Linie genannt wird. Hier befinden sich zwei große Maschinen, einmal die Abkantpresse und einmal die 6 Meter Schlagschere. Wie der Name das schon sagt, ist es uns hier möglich, 6 Meter Bleche zu schneiden und zu kanten. Wir würden uns freuen, wenn wir auch Ihre Aufgaben lösen dürfen. Also, wir würden uns hier mit einem großen Schlagschere vorlegen, dass wir jetzt die Kürzester verbinden. Wir würden uns hier mit einer Blatt und einer Blatt und wir haben eine Blatt. Wir würden uns hier mit einem Blatt und wir können, aber wir können uns hier mit einem Blatt. Wir würden uns hier mit einigen Blatt und wir würden uns hier mit einem Blatt. Untertitelung des ZDF, 2020